Und dann weißt du morgen, ob sie da geblieben sind praktisch? Machst du die Kiefe dann zu oder musst du abwarten? Nee, also das macht man hauptsächlich abends, damit die nicht unbedingt den Drang haben, jetzt nochmal neu auszuschwärmen. Das machen die ja vorzugsweise. Das geht jetzt aufwärts, oder? Ja. Das ist auch eine Drohne da, diese Dicke da, ne? Das ist auch eine Drohne da, die Dicke, ne? Guck mal. Diese Länge, die Hosen desaire Kies, auf der Dicke, auf die Flasche, und sehr auf die Flasche, dann geht's auch weiter. Nö, ist der Dicke da, das macht die Flasche. Die Flasche ist das Kiefer auf die Flasche, da ist das Kiefer auf die Flasche, die Flasche, die Flasche. Also das ist das Kiefer auf die Flasche, die Flasche ist einfach so knapp. Sie meinen, also das, was wir nach ihr, Musik Der Schwarm zieht wieder aus. Und hoffentlich dahin. Der Schwarm zieht wieder aus. 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 Der Schwarm zieht wieder aus.